Futuro Kniespange anpassbar. Übt gezielt Druck aus bei schmerzendem Springer- und Läuferknie. Ideal für Tendinitis am Knie, Springerknie. Druckpilotte übt gezielten Druck auf schmerzende Sehnen aus. Dank Verstärkung bleibt die Pilotte bei Gebrauch in Form und flacht nicht ab. Verstellbarer Riemen für passgenauen Sitz. Dank geringem Gewicht für den täglichen Gebrauch geeignet. Atmungsaktives Material. Passend für linkes oder rechtes Knie. Die Größe wird durch Messen des Unterschenkelumfangs unterhalb der Kniescheibe bestimmt. Legen Sie die Spange knapp unterhalb des Knies an. Die Pilotte liegt direkt unter der Kniescheibe an der Haut. Führen Sie das Band durch die Schnalle und schließen Sie es. Stellen Sie die Spange so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben. Schnüren Sie nicht den Blutfluss ab. Futuro Kniespange anpassbar. Unterstützt von unserem Expertengremium aus Ingenieuren und Medizinern. Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.